Der neue Ford Fiesta bietet unzählige Features, die ihn zu dem vielleicht besten Kleinwagen aller Zeiten machen. Momentan gibt es beim Autohaus Dinnebier besondere Leasingkonditionen. Der Ford Fiesta Cool & Connect ist bereits ab einer monatlichen Rate von 80 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten mit 10.000 km im Jahr und einer Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro erhältlich. Sie erhalten dabei ein Fahrzeug, welches serienmäßig mit ordentlich Technik ausgestattet ist. So bringt jeder Fiesta den Fahrspurassistenten und das intelligente Sicherheitssystem mit. Auch elektrisch einstellbare und beheizte Außenspiegel sind so wie der Lichtsensor ohne Aufpreis dabei. Das Modell Cool & Connect verwöhnt außerdem mit manueller Klimaanlage und dem grandiosen SYNC 3 mit AppLink und 6,5 Zoll Touchscreen. Vereinbaren Sie schnell einen Probefahrtermin bei Ihrem Ford Dinnebier Partner. Das Angebot ist gültig bis zum 30.09.2017. Der Ford Fiesta Cool & Connect ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020